Entertainer Alexander Göbel ist zu Gast bei Spreizerbau. Der Künstler hat sich immer wieder kritisch zu Wort gemeldet und stellt in Ipsitz sein neues Buch vor. Göbel erzählt tumorvoll über die Parallelen von Kulturbetrieb und Arbeitswelt. Sein Vortrag wird auch in persönlichen Gesprächen vertieft. Kartensichern – begrenzte Teilnehmerzahl Untertitelung des ZDF für funk, 2017